Willkommens an der neuen Folge auf dem Channel von produkt-kennart.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Superkampagnen geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Superkampagnen von Said Chiripur und Jakob Hager. Erfahrungen und Review. Superkampagnen ist ein Videokurs von Said Chiripur und Jakob Hager. Erst als eine Art Weiterführung zu ihrem anderen gemeinsamen Kurs, Facebook Meisterkurs, gedacht und enthält dementsprechend ergänzende Informationen. In diesem Kurs liegt der Fokus auf dem Schalten von Werbeanzeigen bei Facebook. Said Chiripur gibt dabei exklusive Einblicke in seine persönlichen Kampagnen, die er zum Beispiel für das Evergreen System Online hat. Im Folgenden möchte ich euch kurz von diesem Upgrade Superkampagnen berichten. Said Chiripur und Jakob Hager. Die zwei sind allseits bekannte Gesichter beim Online-Marketing. Für den Facebook Meisterkurs haben sie sich zusammengetan und haben daraufhin noch zwei Upgrades herausgebracht. Jakob Hager arbeitet momentan als Geschäftsführer der Taskwunder GmbH. Bei Taskwunder kann man als Unternehmer outsourcen. Man kann kleinere Aufgaben und qualifizierte Menschen weitergeben, um selbst mehr Zeit zu haben für andere Angelegenheiten. Hager geht außerdem als absoluter Traffic- und Facebook-Marketing-Experte. An seinem Expertenwissen kann man regelmäßig teilhaben, durch Vorträge, Seminare, Workshops oder eben digitale Infoprodukte wie Superkampagnen und die Facebook Meisterschule. Said Chiripur kennt sich im Bereich Online-Marketing ebenfalls bestens aus. Er startete mit dem Affiliate-Marketing und lernte über viele Jahre im Stillen dazu. Sein erstes sehr erfolgreiches Infoprodukt war das Evergreen System, welches 2014 erschien. Es ist bis heute noch aktuell und in aller Munde. Daraufhin erschienen viele weitere Infoprodukte und sein Name hat sich als professionelle Marke etabliert. Superkampagnen, der Inhalt und Aufbau. In der ersten Lektion zeigt Said Chiripur genau wie seine eigenen Kampagnen aufgebaut sind, die ihr regelmäßig schaltet. Dabei geht es unter anderem um seine Anzeigen für das Evergreen System, für die Google AdWords-Formel und das Data-Produkt. Es gibt unter anderem vier Videos allein zu seiner Kampagne für das Evergreen System. Man bekommt konkrete Einblicke in seinen Facebook-Account, seine Werbeausgaben, seine Traffic und natürlich auch in seine Einstellungen. Anhand dieses Beispiels erklärt er ganz genau, was man bei der eigenen Anzeige beachten muss. Gleiches gilt eben auch für seine Kampagnen für das Data-Produkt und sein Google AdWords-Produkt. Auch zu diesen gibt es jeweils eine eigene Lektion, wo er einen detaillierten Einblick liefert. Man sieht also bei drei verschiedenen, erfolgreichen Produkten, wie der Macher selbst diese vermarktet. Der Hintergedanke dabei ist natürlich, dass man hier von Profi lernen soll. Es wird ganz genau darauf eingegangen, wie Said Chiripur selbst vorgegangen ist und wie man es ihm nachmachen kann. Da man natürlich je nach Produkt seine Strategie anpassen muss, wird es hier eben anhand von drei ganz konkreten Beispielen erläutert. Superkampagnen, Test. Ich bin ein absoluter Fan des Facebook-Meisterkurses und war daher sehr neugierig auf die Upgrades. Als erstes habe ich mir die Superkampagnen zugelegt. Hier möchte ich noch einmal erwähnen, dass es sich nur um ein Upgrade handelt. Daher ist dieser Kurs nicht annähernd so umfangreich wie die Basis, aber mindestens genauso wertvoll. Wann lohnt sich der Kauf? Man lehrt in dem Meisterkurs im Prinzip alles, was man braucht. Wer aber noch mehr Hintergrundwissen haben möchte und wer einfach mal gerne einen Blick hinter die Kulissen bei einem der erfolgreichsten Online-Markete haben möchte, der ist mit den Superkampagnen richtig beraten. Said Chiripur zeigt hier sehr deutlich seine konkrete Vorgehensweise. In vielen ausführlichen Videos sieht man die Strategien, die er anwendet. Man sieht aber nicht nur seine Einstellungen, sondern auch konkrete Zahlen. Wer also immer noch glauben sollte, das sei immer nur großes Gerede, der wird spätestens hier eines Besseren belehrt. Man sieht im Prinzip genau seine Ausgaben und auch seine Einnahmen durch seine persönlichen Werbemaßnahmen. Mir hat es gezeigt, dass ich es auf jeden Fall genauso machen muss. Es spricht nichts dagegen, die Taktik eines erfolgreichen Menschens für sich selbst zu übernehmen. Das Upgrade ist vergleichsweise eine kleine Investitionen, die sich in meinen Augen sehr gelohnt hat. Der Kurs lässt sich recht zügig durcharbeiten und man verlässt die mit Motivation und Expertenwissen. Ich möchte es also all den Leuten empfehlen, die sehen wollen, wie die Experten arbeiten und wie es eben im Hintergrund der Kampagne genau aussieht. Immer wieder hat mich Said Chiripur mit seinen Infoprodukten begeistert, aber dass er hier einen so tiefen Einblick gibt, finde ich, ist eine sehr coole und respektable Aktion von ihm. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Floh von produkt-kenner.de